Moin Moin und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Thierim, jetzt geht's weiter mit RimWorld. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. So, dann geht's mal weiter. So Thierim, du kannst dich auch so langsam hinlegen und schlafen. Bin ja mal gespannt, ob Niki, ja. Also überleben tut sie, ob sie tatsächlich bei uns bleibt. Werden wir da mal sehen. Widerstand ist ein bisschen besser. Ich glaube, 17 war das, ne, zuletzt. So, hier machen wir ein bisschen schneller. So. So, mein Ziel ist heute, dass wir diesen Bereich alles fertig machen. So. Jetzt können wir alles mal weg machen. So. Machen wir auch ein paar Betten rein. Da wir gerade eh nur zwei sind, mache ich da... Voll unsymmetrisch gebaut, ne? Warte mal bitte. Wie machen wir das bisschen besser? Halt. Egal. Ich, 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 ich. Man kann nur vier Betten reinbauen. Das ist ja blöd. Drei, drei, vier. Na gut. Wenn ist das so? Na gut, dann kann man ein Betten noch so schräg ein bisschen machen, ne? Geht zur Not auch noch. Aber ich brauche erst mal nur zwei Betten. Dann muss ich die Planung mal entfernen. Neu. Halt. Das war aber mein Begele-Knopf. So. Ach so, Abbruch. Halt. Ich möchte bloß eine Kopie bauen. Warum macht er das nicht? Macht er tatsächlich nicht. Dann müssen wir ja über Löwe gehen. Ja gut, wenn wir, ähm, große Betten bauen. Dann können wir das machen. Ich finde auch die großen Tische auch ein bisschen blöd. Dass man... Nicht nur so einen einfachen Tisch hat. Nee, geht nicht, ne? Was kann man so bauen noch? Was ist das? Innere, Spiegel, Lampe, Kommode, Nachttisch. Ah, 14,3. Das Widerstand jetzt ist okay. Können wir hier die Böden. Können wir den Essraum noch ein bisschen machen. Das war ein Blatt mit Dich. Mit Granit. Ja, das bauen wir auch nochmal um. Aha, ich... Coole Sache, echt. Das freut mich. Aber, ähm, ich frage mich gerade. Hocker, ne? Du weigerst einfache Arbeiten. Ist er auch... Putzen? Ja, putzen ist er mit drin. Ah, schade. Kaputte Kleidung. So, Therium. So soll es hier nicht rumstehen. So soll es ein bisschen was wegtragen, ja? Das muss er auch noch aufbauen hier. Produktion. Nähtisch, elektrische Nähtisch. Ich mach das erst mal hier unten hin. Zwei Bauteile. Das ist die Frage. Bauteile haben wir doch. Ja, haben wir. Alles gut. Haben wir doch. Es geht doch so einfach. Und wir haben ein... Ja, ihr Transporter. Ist das? Sigmund. Ähm. Was ist denn? Was ist denn? Ich brauche mir eine Giraffe. Nicht, tut mir leid. Echt. Ist das tatsächlich, ne? Nicht, tut mir leid. 13,3. Hier. Hierim und Hocker sind ein liebes Pellchen. Cool. Dann müssen wir das jetzt alles umbauen, ähm, montieren. Dann brauchen wir da ein größeres Bett. König ist hier im Bett. König ist hier im Bett. Das könnte ich vergessen. So, du, bitte einmal neu. 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 Das sollst du gar nicht. So, du sollst was bitte bauen. Neu. 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 Wegen diesen großen Tischen, ne. Das äckert mich. Diesen Nachttisch. Neu. 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 Wenn ihr was wisst, ne, schreibt euch mal einen Kommentar noch ein. Und es sinkt auf 12,2. Sehr gut. ich brauche materialien habe ich nicht eingestellt dass du hast du es schon gemacht da siehst du ich habe ein bisschen zu viel gemacht 25 ich habe sowas geahnt ich habe sowas geahnt 25 zu viel also 20 10 also 0,5 10 10 ich und matte echt so möchte ich hier einmal eine lagerzone haben und da als wichtig alles verbieten und zwar nur trockennahrung 1,2,3, zack langsam aber sicher es wird was bildarbeit ist alles in arbeit so nie nein 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 stopp ihr seid ein liebesbärchen ich mit dir es fehlt mir jetzt stahl 32 haben wir da ok das können wir erstmal verbieten können wir erstmal alles abbruch machen das machen wir alles gleich noch ich möchte erstmal ordentliche klamotten haben weg so genau schön schön so hier müssen wir noch einen schlafplatz nahmen können wir das als junges zuweisen ähm genau das junges ist in der mitte niki ist vollständig geheilt das ist schön 11 11 11 11 12 13 13 14 16 15 19 9,9 Widerstand geändert, das ist gut Lichter müssen wir noch bauen können wir auch uns nächstes machen Ach Tü, jetzt fehlt mir auch noch Holz Ach man brauche ich den tisch danke Hosen T-Shirt Händen von mir aus eine Mütze jeweils zwei so mein Spatz lass uns schlafen wo haben wir denn Lampen drin und die Temperatur nein hier haben wir doch was dich so kann man das Stromkabel noch machen so hier können wir das so gerne mal machen Möbels ist das okay zack dich und dich 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 da haben wir schon brauchen wir da auch noch bisschen Strom sagen wir da Licht da Licht da Licht dann können wir hier zwei Lampen auch rein machen einmal oder drei Lampen so Dank ihr hohes Stimmungswertes Stimmungswertes hat Hocker eine Inspiration erfahren sie will fien das ist normal warte für nix to level 7 okay ja warum nicht wandert umher warum 19 Uhr warum läuft sie jetzt umher es ist 19 Uhr normalerweise musst du arbeiten habe ich dir gesagt dass du fertig bist ja sollst du aber noch nicht so nächster Raum kommt guck mal das kann er auch schon mal machen Ciri bevor du dich jetzt schlafen legst ja warum machst du das ja warum machst du das ja warum machst du das hm hm so hier haben wir neue Quest eingefangene der Aktion und ihr könnt ein Punktgerät stehlen und dich antrunken robotiker schließt uns an jetzt 42 Jahre aber man weiß nicht ne man weiß nicht wir sind da ne das ist mir alles noch ne das ist mir alles noch so unsicher so so dann möchte ich Böden wieder haben machen machen wir diesen Bereich als nächstes hat es 6 nackt ja hat es 2 mal 6 hm hier hier du Schlingel ähm ähm genau herstelle erstmal die Klamotten damit wir minus 6 weg haben kühle abscheuliches Schlafzimmer ja ok schon weil das so dreckig ist schon weil das so dreckig ist wie sieht das jetzt aus haben wir alles ah nicht eine Mütze fehlt noch also hat er Stoff geholt so weiß nicht was er hier gemacht hat aber irgendwas hat er gerade angezogen Hose so was ist das hier ein T-Shirt 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 schlecht das ist egal hauptsache du hast was an bekleide dich mal bekleide dich mal was fehlt jetzt bekleide dich mit Stoff achso ok jetzt wohnen kann man das irgendwie auch zuweisen kann man das irgendwie auch zuweisen das sicher nicht geht das sicher nicht geht das kann ja gehen die freiwillig dahin ich bin mir leicht uns hier ich bin mir leicht uns hier so nidi wie sieht es aus so nidi wie sieht es aus hast du Bock ah 5,4 wir haben sogar ein Zimmer schon freiwillig so wie warm ist das denn dann einmal 12 aber du könntest so bisschen mit Gewalt verweigerst du ok aber trotzdem kannst du ne keine Waffe Tatsache sie hat noch keine Waffe ach da unten wenn doch die Pistole sie überhaupt was hast so süß tierin du hilfst deine Freunde ne genau so ich sag schon mal das ist Medizin Medizin ich sie gerade hier habe ich ein Licht rein gemacht und hier auch nicht Alpaka 1 hat ein Junge zur Welt gebracht Oh Ah Alpaka Wolle hier Cool Transport Kapsel wo 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 der Paul Paul ist ein Schreiber Schnelle Läufer freundlich und geschickt Oh das ist ja ein Träumchen Intelli 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 ja also der kann gut forschen Schriftsteller 70 Jahre jung und um 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 wir haben eine besondere Aufgabe Zuerst Hilfemaßnahmen haben wir auch nicht großartig. Fällt mir gerade auf. Was brauche ich für Waldarbeit? Kann ich hier noch ein kleines Feld anbauen. Hätte ich auch schon längst machen können. Sie mal sieben, das war nicht gut, jetzt haben wir einen Überfall, jetzt muss ich einmal kurz pausieren, das und hier mal pausieren. Und zwar die Böden. Sehr gut. So, Thierrym, wo bist du? Sie werden sofort angreifen. Ha 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 ha, Thierrym, Thierrym, Thierrym. So, Thierrym, Thierrym. Okay, sterbe ich? Nein. Bist du tot? Nein. Okay, du, ähm, rette, nein, äh, fange. Richtig. So, oi, 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 oi. So, fehlt nicht überdacht und weit draußen. Oh Mann. Kannst du mich? Gut. Gute ich aus, bis sie geheilt ist, kann sie nicht behandeln, muss ausmachen, sie muss nicht behandelt werden. okay. Ja. Paul. Das wär ja cool, ne? Läufer. Freundlich. Nahkampfausweichchancen plus 15 fallen auslösen. Allen Auslösungschancen plus 10%. Mhm. 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 Kannst du bitte. Und erkleide ihn mal bitte. Dich. Äh, wegraden bitte. So, hier unten ist auch noch was. Ja, das ist was, das, das wird was. Doch, coole Sache. Ja, langsam muss ich mir auch was zum Essen machen. Zum leid erholen, gibt's noch nicht. Sehr gut. So, wenn wir die beiden, ähm, als Kolonisten haben, werden wir mit uns Schwierigkeit, wie sieht man das, unsere Schwierigkeit auf Abenteuergeschichte gehen. Dann haben wir eine gute Anzahl an Kolonisten und dann machen wir das bisschen schwerer. Ja. Ja, Kimi. Bisschen noch 15. Ich weiß nicht. Heilt er sich? Ja. Bisschen. Und du? Hast du Hunger? Ja, eigentlich ja. Äh, sprich mit ihr. 5,4. Und gib mal ein bisschen was zum Essen. Und dann kochst du noch mal. Und dann lass ich dich hin. Oder lass ich dich hin rum. Also. Sehr gut. Paul und Niki, ihr könnt doch froh sein, dass ihr dort, ah, ich bin wieder heil, dass ihr mal die größeren Zimmer bekommt. Einer hätte hier ruhig schon reingekonnt. Ich habe gerade überlegt, wo ist dieser Forschungstisch, was wir hier gebaut haben. Das war doch alles Feuer hier und alles verbrannt. Ist mir gerade so eingefallen. Ja, 3,2. Cool. Tier-Reim. Woah, macht ihr das nicht? Ist zu 1. Und jetzt mach das. Soweit Aufsehen zuerst war, ne? Na, sehr schön. Dann haben wir auch den Nächstes auch ordentlich an Erste-Hilfemaßnahmen. So, kann ich gleich weitermachen. Machen wir weiter. Sollst du ja keine Langeweile haben. Okay, ihr Lieben. Ich denke, für heute reicht's. Heute ist ja nicht so viel passiert, aber ein bisschen Ruhe muss man ja auch haben. Von daher. Ja. So. Oh, süß oder süß. Machen wir noch einmal. Machen wir das mal. Du bist Nummer zwei, ne? Sagen wir hier, pass auf. Zwei ist eins. Seins. Und hier ist... Genau. Nächsten Tag sieht das alles bisschen anders aus. Sehr schön. Ach, cool. Es freut mich. Aber es freut mich nicht, dass wir im Flur kein Licht haben. Warum haben wir hier kein Licht gemacht? Man weiß es nicht. So. Dann machen wir das einmal an Licht. Auch da, einmal da. Auch da. So sieht das gut aus Ich wünsche euch Viel Spaß auf meinem Kanal Denn ich mache jetzt auch immer Schluss auf meinen Kanal Diese Folge Es reicht In der nächsten Folge geht es weiter Und dann Schauen wir mal was wir dann schönes machen So Ich bin weg Und dann In der nächsten Folge Bis dahin Viel Spaß auf meinem Kanal Und tschüss